hey freunde herzlich willkommen zur zweiten folge von let's test the forest ja jetzt auf die letzten drei tage kommt noch mal eine folge da sie ja so sie wurde eigentlich gewünscht aber es ist eigentlich egal ich habe nämlich letzte woche ich nehme das jetzt gerade hier am sonntag auf ihr seht das ganze am montag also am 25 und ich sitze hier jetzt am 24 dritten 2019 genau um 24 24 uhr genau ich habe gerade nur um 9 uhr 32 ja jetzt 9 33 und ja weil ich nämlich die letzten beiden wochen nichts aufgenommen habe doch ich habe eine minecraft folge aufgenommen so wir sind auf jeden fall wieder hallo aber jetzt kann ich mich bewegen okay ich habe ja auch ein paar sachen umgestellt da war nämlich auch irgendwie monster irgendwas angestellt wurde das jetzt eigentlich gespeichert warte mal was habe ich hier alles geändert genau das hier geister gebäude farbe habe ich angeschaut jetzt dürfte eigentlich alles so gut sein so und ich habe gesehen hier haben wir so gar nicht okay das funktioniert nicht so wir sind jetzt auf jeden fall wieder hier unsere hände sind sauber weil ich habe mich auch den tipp bekommen oder mir wurde gesagt dass ich mich im wasser reinigen soll weil ich ansonsten irgendwie an vergiftung sterbe wo wir sagen vor exakt einer woche habe ich die erste folge aufgenommen und da ist das viel das ist doch nicht wahr muss ich mich vielleicht ja ist gut vielleicht anschleichen was ist das da überhaupt ein baum habe ich schon wieder so ein fuß aufgesammelt oder was war das das jahr passagierliste knochen habe ich dann habe ich auch kann sich mitnehmen und ihr habt mir gesagt dass das hier den ihre wir ist das heißt wir halten sich hier immer auf da genau bei uns auch so was war was ist jetzt hier los das problem ist wieder zurück dass ich alle drei katzen hier haben und die wenn ich jetzt alle wieder stehen zwei katzen sind jetzt schon draußen haben gerade eben alle geschlafen jetzt sind sie naja jetzt sind drei stück wacht nähe vier sind wacht der eine steht auch noch auf ich weiß auch nicht die meine stimme zieht die katze irgendwie magisch an ich mache jetzt hier erst mal ein paar sachen kommt 2 was machst du denn da ok ich schleiche mich jetzt an sind die fiecher erzählen keine ahnung da ist das hey hier geblieben wie schlägt denn der so seltsam ist das ein vogel das ist hier für eine treppe alles klar kann ich jetzt hier vielleicht mit dem hier sieht es schön aus hier hätte ich mich gern niederlassen hat man ja panoramablick hier so aber ich gehe erst mal wieder zurück wo ist mein haus da ich kann mir ja hier auch noch mal sind auch noch mal so ein haus aufbauen und manchmal warum wird mein essen überhaupt nicht mehr angezeigt was habe ich denn hier in den einstellungen geändert anzeigen die das ist eine geister gebäude farbe vielleicht sollte ich das mal wieder unterstellen und das alles so stellen wie das war ein moment mal das war doch an anscheinend wurde hier gerade eben einiges geändert aber jetzt ist das auf jeden fall wieder da öffnet das überlebenshandel tust ja ich gehe jetzt mal ganz schnell zurück finde etwas zu essen ich weiß dass ich was zu essen finden muss aber die mein essen hau da haben wir hier nicht irgendwie was liegen sind die ganzen baumstämme da hinten ist irgendwie was so feuer haben wir das brauche ich auch nicht garten hasenkäfig wassersammler trockengestell ich mache mir einfach hier so im garten wer kommt mal hier hin vier holzbalken brauche ich wo ist das holz von letztem mal hin ich hatte doch viel mehr drin so fallen wir hier kurz noch ein baum gehen da was ist das das ist immer noch ein bisschen seltsam hier alles klar alles klar bams und bamm sehr schön wo ist mein garten da bamm bamm sehr gut äh das ist ja jetzt nicht dein ernst das ist ja nicht dein ernst okay ich muss hier schnell was anpflanzen und zwar baumharz kann ich das vielleicht anpflanzen nee ich glaube nicht batterien geld was ist das medizin federn ich habe doch irgendwas gefunden was ich anpflanzen kann was war denn das nochmal keine ahnung kann ich einfach das baumharz was ist das ist ein schwach auch verdammte sprenner aber das feuer ist noch alles klar wenn es regnet okay ich glaube jetzt sollte ich diese medizin zu mir nehmen reicht das oder nicht hä ich verstehe das nicht auf jeden fall muss ich was soll ich damit machen warte mal anderen objekten verwendet werden kombinieren mit vielleicht dem nee ein stein und ein ast bringt das was warte mal ab am moment 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 wir wird doch die ganze zeit so was angezeigt hier warte da mache ich das das und geht das nicht genau das teiler was da durchgestrichen ist da unten das sieht doch so aus als wäre das ein stock mit einem stein vielleicht zwei stöcke und hier so ein band vielleicht mehr davon hä muss ich das verstehen isolierwand vielleicht ich verstehe das nicht vielleicht wird mir das ja angezeigt hier irgendwo steinlager warte mal was ist denn das hier vorne warum leuchtet das so freies bauen lagerung essen und wasserfeuer unterkünfte signale boote die liste statistiken schrank knochenkorb knochenkorb eigenes dach eigene wand ey ist der regen da gerade so laut auf meinen ohren eigener boden treppe lochsäge geht das nicht oder was felswand stockzaun knochenzaun felspfad baumhaus oh gott was ist denn das wand mit fenster grundlegende wand gibt es denn hier nicht irgendwie was schädel lampen hasenfeld hungrig ganz toll die bitte war denn mal wenn du dein gegenschein herstellen möchte dann musst du die nötige menge an ressourcen sammeln findest du rezepte mit dem cursor über das zahn nachdem du dein gegenschein herstellen nachdem du dein gegenschein herstellen handgemachte axt seil wo kriege ich denn seil hier reparatur werkzeug wo kriege ich denn seil hier handgemachte axt seil fehlt jetzt noch alles klar aber jetzt weiß ich wenigstens wie das funktioniert was kann ich mit dem baumharz hier machen ich bin mir das sprengstoff geschwindigkeitswaffe schadenwaffe reparatur werkzeug oh gott und was kann ich damit machen handgemachter bogen mit kettensäge mit licht wo kriege ich denn eine kettensäge her sprengstoff dann könnte ich das auch mit irgendwas kombinieren brennwaffe vergiftete waffe geschwindigkeitswaffe was ist das mit dem wasser da ey keine ahnung wie lange ist denn das tag es wird grad nacht aber was kann ich nie mit machen ich kann doch irgendwas anpflanzen diese bären die ich gesehen habe warte wo waren die denn hier nein verdammt ey wo waren diese bären die waren doch hier irgendwann so ein busch da 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 ist jemand komm her komm her hä wo ist er hin ich brauch wieder so ein reh bisher habe ich ja nur ein menschenbein gegessen wo ist er hin wo wo das kann nicht wahr sein sind das hier vielleicht solche bären ich brauche irgendwas zum anpflanzen verdammt ich kenne mich doch nicht aus warum liegen die einfach baumstämme rum die nehme ich gerne mit da ist auch noch einer fange ich mal hier mein lager rein wo ist mein lager wo ist er denn jetzt schon wieder hin ein eischernchen nein ey der soll nach oben unten schlagen das ist doch nicht so schwer warte hier war gerade einer aber das ist ein stein vielleicht schaue ich einfach mal wieder in der nähe vom flugzeug ob hier noch irgendein wo koffer sind was ist das was war das was ist das stöcke zwei stöcke was war das vorhin kleiner stein da liegen über alle sachen hier rum ey ey seh hier nix ich weiß wie das hier aussieht da ist auch noch was da sind auch noch kleine steine ey ich höre hier gar nichts mehr ich weiß nicht ob ihr mich noch hört aber ich hab das auf meinen ohren grad so laut was ist denn das hier was ist denn das hier ey da ist was zu essen au was waren das au au ah genau da habt ihr mir auch gesagt ich hab klovasser getrunken da drin komm ich noch nicht mehr hin da ist auch noch was was ist denn das mit medizin ey die habe ich nicht mitgenommen ich muss ja wieder hier hoch kommen anscheinend nicht sind das nicht diese bärenbüche hier geld ah hier ist noch ein koffer habe ich was angezogen ich sehe hier gar nichts geh mal hier rein so warte was war das sehe ich das nicht aber ich hab doch grad diese was ist das so da ich stell dir die wieder her ich krieg das grad mal ich mach was zu essen so warte ich kann doch da eine lampe draus machen oder so handgemachte keule aha und jetzt ich möchte es noch verstärken brennende waffe also ein zahn so das ist jetzt da macht sogar mehr schaden nee halt was waren das irgendwie eine lampe oder so geht es sonst nicht mehr handgemachte axt nein wo war das jetzt mit dieser lampe da hä hä ein speer ok ok oh gott also das habe ich schon repariert schadenwaffe wo war denn das eben mit diesem pfeil da mit diesem mit dieser lampe oje seil a ach das ist das ich dachte dass wir so hasenfell oder so jetzt habe ich ein seil so das seil machte man schützt das dazu ha jetzt habe ich das teil weg damit und oh aber ich will immer noch diese lampe haben batterien platt war das damit kippen säge mit licht irgendwie war da eben so das war doch war das nicht hier genau hier irgendwo da schädel lampe oder decken schädel lampe benötigt ein seil habe ich jetzt leider nicht stöcke dicks und was ist das oder das ist der dunkel macht die tür zu hey geh ins haus mach die tür zu und geh erstmal schlafen so eine stücke sollen wir brauchen warum regnet das denn so doll was ist das denn danke schön ja mach die steine in mein haus rein hä was passiert denn hier neues tier entdeckt wir retten erstmal wieder das spiel so dir ist kalt und du bist nass hau ein feuer wird nicht zu wärmen du hast du das das ist doch nicht wahr du hast hunger hallo ja also mein feuer hier mach das feuer mal an ist mir immer noch kalt woran sehe ich denn das ey keine ahnung ich sehe hier überhaupt nichts neues hier entdeckt hau doch die vögel kaputt ich sehe absolut nichts es ist gut junge ich sehe hier absolut nichts so auf jeden fall dass das feuer und da ist da ist er da ist er jetzt wirklich tieren ey das ist doch nicht wahr Wo ist er hin? Ha! Endlich! Komm! War das was zu essen? Tatsächlich. Kleines Flügelchen irgendwas. Keine Ahnung. Warte, 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 warte. Wo ist mein... Dings hier? Nein, das sieht schon wieder aus. So, warten, wo ist das Teil jetzt hier? Da, ausrüsten. Gleich kann ich das essen, ne? Ist mein Hühnerbein noch da? Ich bin nicht tot. Hallo, mein SA, jetzt. Ha! Köstlich! Aber ich brauche was zu trinken! Habe ich noch irgendwie Soda oder so? Ich habe das doch gerade eben gelesen hier irgendwo. Ne, ja, das war Medizin. Wieso, da habe ich eben getrunken? Wer war das? So, was zu trinken? Wo war ich denn dieses... Ich habe die Beeren gefunden. Ah, hier ist Soda. Gebt mir was zu trinken! Alles klar, der Koffer ist schon gar nicht mehr da. Hä? Au! Prostress, ja, hier! Jam, 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 jam! So! Viel, viel besser! Ja, ist gut, ist gut! Habe ich? Ah, sehr schön! Vögel kann ich fangen! Alles andere nicht! Das kleinste Tier, was es hier gibt, kann ich fangen! Nein! Hau den doch kaputt! Aber was... Für was habe ich jetzt das hier angebaut? Ich muss hier doch irgendwas anpflanzen können. Was? Zuweisen? Dahin! Äh! 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 Ach, nee, halt! Upsala! So, meine Lampe, die ist noch an. Da fliegt eine Feder. Blup! Jetzt kriege ich dich, du verdammtes Vieh! Endlich! Das ist noch einer. Da war einer. Wo ist denn dieses Wasser hier? Du kannst nicht mehr dran steigen. Ey, keine Ahnung. So, aber fälle ich erstmal einen Baum, weil langsam brauche ich auch mal hier ein bisschen Holz. Warum regnet das denn die ganze Zeit? Ja, warum regnet das denn die ganze Zeit? Drei. Da! 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 Rein! und 1 mehr passt nicht mehr rein oder ich denke ich warte dann hole ich mir jetzt dieses riesenhaus da diese große hütte das doch und das kommt genau hierhin wo sind die tür von dem teil ja also hier haben wir schon das erste sehr gut 89 wo ist die tür von dem teil das ist ein fenster ja ich finde die tür von dem teil nicht ich glaube ich will doch gar nicht wissen wo die tür ist ging ja nur zwei bambam 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 langsam finde ich mich hier zurecht so wenn wir erstmal noch ein paar bäume und ich weiß eigentlich ist die folge schon wieder lange vorbei aber irgendwie macht mir das hier wirklich spaß aber leider ist es zu spät für eine komplette serie wieder vier stück da bist du du kommst her dich kenne ich noch aus der letzten folge habe ich dich umgebracht kommt blutig geschlagen habe ich mich mal fleisch bekommen komm komm her du dreckst wie jetzt aber ich bring dich um ich kann nicht mehr rennen da habe ich mich trotzdem gesehen ich glaube es nicht wie sieht das denn hier so schön aus bambam bambam dann jetzt aber wo ist der kopf hin aber ist er ja kann ich mir das an was ist hier los hallo ich glaube ich habe ein ganzes lager von denen gefunden bitteschön das ist nicht von mir doch das ist von mir das eben moment aha na gut ja ist gut ich habe was gefunden ja okay hier schauen wir uns später auch noch um aber erst mal kann ich es nicht zerstören da war das ich hab nichts getan okay was ist das hier lass mich raus schnell hier raus bevor ich mich noch irgendwie einfangen okay also das hier merken wir uns auf dem format die wohnen hier anscheinend ich gehe erst mal wieder zurück zu meinem haus und dann ich will das letzte ist irgendwie gar nicht beenden da machen wir heute in einen stunden test letztes es ist eigentlich schon let's show das ist mein wunderbares haus sind das alles giftige bären anscheinend schon hier ist schon gar kein holz mehr war so waren dieses holz jetzt hier ich hoffe in der zeit hat jetzt keiner unser haus übernommen sieht immer noch so erbärmisch aus wie vorher hier geblieben aber wenigstens aber jetzt vielleicht dass ich gerade mal da hinten ist noch eins das hole ich mir auch noch irgendwo erkenne ich doch den satz das hole ich mir auch ich sehe dich ganz genau was war das verdammt schaffst du in der falle nein muss näher ran ich muss näher ran das gibt es aber nicht was machen dass wir jetzt nein wo bin ich hier verdammt geschickt fest nein das ist nicht wahr ich gehe fest macht den stein kaputt aber ich bin wieder draußen wo ist das viel hin ich will hier hoch und wenn es das letzte ist was ich tue ich will dieses reh haben so ich bringe jetzt hier irgendwie hoch wenn ich das vier jetzt nicht mehr finden wo ist es hin das hängt irgendwann kriege ich dich noch denn nicht vergessen das wollte ich mir auch noch das ist gut aber es ist nicht schön sammeln baustellen kann schenke ich das flugzeug zerstören alkohol gesammelt warum finde ich die ganze zeit irgendwelche sachen da drin die sprechen eingesammelt habe was ist das hier koffer koffer leiterplatte habe ich gesammelt unten snack da war das wo sind denn hier die eingeborenen ich kann es wollen wir sind hier kaputt unser haus steht doch schon langsam wir fliegen blöcke in der luft wie in minecraft ja so fällen wir hier gerade noch den baum sind auch noch diese teile muss ich aufpassen am warm hallo aber bitte in die richtung hallo hey hey da lang da halt nicht so langsam sieht es doch gut aus und es gibt sogar fünf dieser baum langsam wird es hier was so und ich glaube ich sollte mir erst mal wieder hier was kochen jetzt schreibt mir mal bitte in die kommentare was man mit dem teil hier machen kann ich war ja gut da kann man das anpflanzen ist mir schon bewusst aber ich habe doch auch in der letzten folge letzte woche habe ich doch irgendetwas aufgesammelt was man anpflanzen kann oder wo ist mein feuer hierhin jetzt sagt nicht dass ich das verschwunden das ist wenn ich war wo ist das ding hin es ist doch ich weiß wo wir ein neues feuer hier kraften so einfaches feuer geht das eigentlich auch ja ich nehme jetzt etwas das hier geht eigentlich auch lagerfeuer ich mache mir lagerfeuer die vielen steine was jetzt stecke 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 wo sind denn die stücke da kriege ich das stück raus oder jeder krieg hier bekomme ich das stück raus oder hier bekomme ich ein stück raus oder hey lass mich hier raus lass mich hier vorbei sowohl wo es ist das teil da so anzünden da eins vielleicht habe ich denn dabei ist das denn hier outfit ausrüsten das ist das leben anhatte er ziehen wir mal das jahr ja so viel besser endlich bin ich mal wieder hier voll kann ich das andere mitnehmen ich will das mitnehmen und da habe ich getan ich will das nicht alles essen nein jetzt ist mein ganzes essen weg doch das ist doch nicht wahr dankeschön jetzt haben wir was jagen gehen jetzt hatte ich so ein re getötet hatte viel fleisch musste das jetzt wirklich sein haben wir hier noch irgendwas zu essen drin steine stoff geld ein kann nickel das ist die so schnell was machst du denn mit von der will ich gar nicht hin wo ist dieses rief von eben das muss doch irgendwo sein das ist doch jetzt wirklich ich war jetzt ist mir ein ganzes essen irgendwie kaputt gegangen verbrannt die schwester sind sie da ist was was war das so das war ein stopp hier batterie das verschwindet immer direkt wenn ich das kaputt mache wird schon wieder dunkel und ich habe nichts mehr zu essen kannst du herstellen von anderen objekten ja dann testen wir doch mal was bringt der teil wasserschlauch wasserschlauch habe aber nur eins davon oder sperrtasche wir haben ach da gibt es verschiedene zweimal hirsch ich habe zwei seile und wenn man die ganzen seite kann ich damit irgendwas herstellen nein alkohol snack kann ich nur essen batterien was bringen wir batterien aufgeladene taschenlampe wo finde ich denn bitteschön die taschenlampe her kombinieren mit was brennende waffe vergiftete waffe geschwindigkeit waffe schadenswaffe so die was sehe ich jetzt mal aus so aber das ist jetzt natürlich nur eine baffe deshalb ich finde das feuerzeug die ganze zeit angezeigt das soll so sein das soll da sein sehr gut so ein baum will ich jetzt noch fällen es wird diesen da der hase schon wieder irgendwann ist er mir und ich sehe schon wieder nichts ich habe schon wieder baumrats gesammelt ich gehe glaube ich erstmal hin ich will zwar die kann die ball mal endlich endlich mal sehen hier ist die tür ja ich will die endlich mal sehen aber wenn es dunkel ist dann funktioniert nicht mal hier mein feuer deshalb gehe ich jetzt erst mal hier hin aber was heißt überhaupt da unten das diese axt gehen wir es mal jetzt habe ich hier drin licht was bringt mir das nicht dass ich jetzt gleich alles abfackele so speichern durch auch mal ist nur noch tag 1 nummer tag 2 normal jetzt ist es gleich tag drei normalen na so lustig ist es nicht sehr gut guten morgen es ist ja alles dunkel draußen was soll denn das ich will nicht dass es dunkel ist hallo ich habe noch geschlafen und jetzt kann ich mich nicht mal was zu essen machen wenn sonst sie angekommen wollen was ist denn das hier das kann ich damit tun sprengstoff das brauche ich irgendwann wann was braucht man dafür kann ich das nicht sogar machen eine uhr wo finde ich denn hier uhr ach das muss ich mir bestimmt alles machen aber ich weiß nicht wie ich muss mir da mal irgend so ein video anschauen so ich habe doch hier irgendwas zu essen genau snack die energie stellt das wieder her ich muss aber auch was trinken alkohol ich habe keine soda mehr wer war das denn lieber schnell die tür zu so es ist schade dass ich jetzt nichts machen kann ich denke an aber da hinten läuft irgendjemand das ist aber dieser baum der sich da bewegt ich sehe da draußen gar nichts wisst ihr das weil das hier bei mir so hell ist ich muss doch mal eben aufstehen es tut mir leid weil von oben sehe ich irgendwie alles ich denke die ganze zeit läuft irgendjemand das sind die bäume naja was tun wir denn jetzt vielleicht wenn ich mein fernseher ein bisschen rumdrehen und mich auch mal hier so ein bisschen anders setzte so dann hörte mich erstens viel besser und ich kann hier immer noch nichts sehen toll soll ich mal raus gehen ich gehe mal raus ist da jemand an unserem haus ich sehe absolut nichts das tut mir leid ich muss aufstehen weil dann schenke mich nicht so viel licht hier drauf ich sehe überhaupt kein flugzeug ist auch keiner was ist denn das hier jetzt ist endlich mal nacht und ich kann dir die die monster hier sehen aber ja pech gehabt es ist hier keiner und ich gehe jetzt ganz bestimmt nicht da raus schauen wo die sind ich sehe hier absolut nichts was ist das denn hier da hinten kann ich bauen genau hier ist doch gar keine hier ist doch gar keine oder einfach nur blöd hier ist doch keiner habe ich dir jetzt so erschrocken mit diesem rehenkopf dass sie mir gar kein besuch mehr abstatten wollen ist absolut gar kein mensch das kann doch nicht sein das kann doch nicht sein in die tür rein so bald ist doch die nacht ja auch mal vorbei kann ich ja nicht pennen gehen hier mach mal das licht aus und äh wechsel mal hier ich hab du jetzt ja ich weiß so kann ich so vielleicht schlafen nee tag 2 normal ich verstehe das hier nicht bei 51 minuten sind wir jetzt schon verdammt ey nein hör auf damit das teil brennt aber ich dachte schon mein haus brennt jetzt nein hör auf damit hör auf hör auf damit verdammt mach das mach weg ah Gott sei dank das erlebt noch ah langsam wird es auch hell sehr schön ich sehe trotzdem noch nichts mach das licht wieder an ich sehe hier überhaupt keinen das ist ein baum das da hinten ist ein baum ist das erbärmlich haben die vielleicht mein haus übernommen hier bleibe ich jetzt guck mal so ist das wenigstens alles heller das sehe ich hier ein bisschen mehr da mach mal das feuerzeug weg sollen wir mal schauen gehen ja warte ich hole jetzt diese baumstämmen hier noch mit mach die noch hier dran und dann schauen wir mal bei dem lager wieder vorbei sondern war es auch mal langsam hier eine stunde bekommen wir denn hier hin das ist das längst letzte test auf meinem kanal und wird es auch wohl immer sein ich habe immer noch keine karte und hier sind auch immer noch keine gegner oder ich bin wirklich blind auf beiden augen da ist mein das ist mein das ist wirklich das größte monster ja stößt mir stößt mich irgendwo nach und rein jetzt kommt hier noch das eigentlich schon für mich sind wir das wort nicht ein ablenken da war die schnappe ich mir so lass dich nur blicken lass dich blicken wo ist das jetzt schon wieder hin da wer ist das denn habe ich mich erschrocken verdammt ey was soll das denn lass mich in ruhe der liegt ja noch lass mich ey Sir ey ey was machst du denn verdammt verdammt da sind noch mehr tschüssi oh Gott wo ist denn mein Haus oh da ist einer ich habe ihn gesehen ich habe ihn tanzen gesehen der freut sich wohl dass er mich sieht ah nein 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 ich bin tot ey was war das denn jetzt ey was soll das ey ich bin durch einen Fallschaden gestorben ok ja ganz toll gehen wir hoch oder was hier ne ich lebe noch ey verdammt was soll denn da hier da liegt hä ich hänge ja kommt über äh ja dankeschön jetzt ist es hier noch dunkler ist das sammle baumstimme ja dankeschön ey wo bin ich denn hier Sir ja geht es ihnen gut ach da kann ich hoch ah ey wo sind wir denn hier verdammt wir sind in irgendeiner Höhle so sagen wenn ich jetzt hier oben bin esse ich erstmal was ah ja ganz toll ich bin schon wieder hier alles klar das war der Schock meines Lebens ich brauch dringend Medizin heilige mutter der nation im gottes rahmen der beerdigung wo ist mein haus hier wollte ich dachte da steht schon wieder jemand was ist denn da ey verdammt das war ja das ist ja wirklich jemand oh ich kann hier was machen Tennisbälle sind das Tennisschläger was ist denn hier passiert so können sie mir da helfen ich glaub nicht ey die haben hier die ganzen Leute eingesperrt das seh ich jetzt erst ok bevor hier jetzt noch irgendjemand kommt mach mal was passagier gefunden ich hab ein passagier gefunden das sind die passagiere hier verdammt aber ich konnte fliehen den nehme ich gerne mit hallo hallo dann halt nicht ok das war jetzt nochmal ein Schock mein Reh habe ich immer noch nicht bekommen das Reh das ist wirklich ein Monster das hat mich hier in den Abgrund genutzt und das Eichernchen auch oder was das war irgendein komischer Hamster Erdmann keine Ahnung und dann bin ich noch da runter gefallen und dann haben die mich noch geschnappt das ist doch unfair die haben mich gar nicht gesehen das habt ihr davon und das da und das da auch so das nehme ich jetzt hallo so kann ich nicht nehmen aber na gut ich hab's angefasst also meine Fingerabdrücke drauf ja also gehört zu mir verdammt nein das ist doch jetzt nicht wahr ich steh schützi geh ins Haus rein so speicher speicher den Tag speicher das die stehen vor meinem Haus ok ich glaube das ist jetzt wirklich ein guter Abschluss warum geht denn andauernd hier mein ähm mach aus mach aus ok ich will erst mal sagen das war's ähm ja das war die letzte Folge vorerst wenn artikel 13 nicht was machen wir wenn artikel 13 nicht durchgeführt wird ey was soll das ich mach mein Haus kaputt ey ähm ja das war hoffentlich die letzte Folge danke ey mach die Tür zu na ganz toll so das hält die auf die kommt da niemals durch ähm ja das war's erstmal falls die nächste Folge kommen wird weiß ich nicht mehr wie es weitergehen soll ihr seht unser größtes Problem noch größer als das Problem mit dem Re upsala ähm ja bis zum nächsten Mal bis dahin und ciao bis zum nächsten Mal